Ja, hallo von uns nochmal. Ich bin Terez von den Jusos und das ist... Mein Name ist Robin, hallo. Genau, und wir machen heute eine Wahlkampfaktion für die Europawahl am 7. Juni. Hier um die Herner Bürger dafür zu begeistern, uns auch zu wählen. Und ja, da haben wir ein kleines Europaklass vorbereitet. Das hat auch schon echt großen Angriff gefunden. Wir haben im Grunde immer irgendwelche Leute, die da was machen. Ja, Gerd Bollmann war heute da. Genau da haben wir jetzt hier einen Tisch aufgebaut, dass die Herner Bürger sich zu ihm setzen konnten und sich mit ihm unterhalten zum Europa-Wahlakt. Genau. Einde 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 Untertitelung des ZDF, 2020